Guten Tag und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir waren gestern etwas in den Bergen unterwegs, also hat dieses Video nicht unbedingt was mit Musik zu tun. Die Hintergrundmusik bei diesem Video stammt von mir. Ich verbuche den Ausflug gestern als Suche nach Inspiration, denn die findet man immer ganz gern in der Natur. Wir sind gestern vom Tatzelwurm-Parkplatz hoch zum Brünnsteingipfel. Über den Dr. Julius Meiersteig ist ein einfacher Klettersteig teilweise etwas ausgesetzt. Von da aus über den Steiner Grat, über den Unterjoch auf den großen Treiben. Und von da aus über die Fellalm runter zur Rosengasse und wir zurück zum Parkplatz. Die Gesamtstrecke war 20 Kilometer. Bis zum Brünnsteingipfel werde ich einfach die Bilder für sich sprechen lassen. Da habe ich sehr viel aufgezeichnet und gefilmt. Ab dem Brünnsteingipfel werde ich das Ganze etwas kommentieren, damit die Route verständlicher ist. Viel Spaß mit dem Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020